Ich würde sagen, ich fahre jetzt nach diesem anstrengenden Tag erstmal nach Hause. Lamy, ist das etwa dein Auto? Ja, natürlich ist das mein Auto. Was ist denn damit? Das ist ja total krass, Boah. Das war bestimmt total teuer. Natürlich. Und das ist auch mega schnell, Emily. Wirklich? Also so richtig schnell, dass du über die Autobahn brettern kannst? Oh, ja, natürlich. Wollen wir mal eine kleine Spritztour machen? Oh, da bin ich sofort dabei. Oh, wie cool ist das denn? Dann hüpf mal rein in die Kiste. Äh, warte mal. Du, das Auto gehört nicht dir. Äh, nein. Meinst du den Porsche? Nein, der Einkaufswagen ist doch viel cooler. Oh, oh, warte mal. Oh, das ist wirklich viel cooler. Lass uns eine Spritztour machen. Let's go.